Tief ein und schlaf tief und fest. Immer schwerer und schwerer werden. Du spürst, wie die Augen immer öfter und öfter zufallen, wie alles um dich herum verschwimmt. Du hörst meine Stimme. Du kannst geschehen lassen, was geschieht, aber die Augen werden immer schwerer. Und gleich sind die Augen so schwer, dass du sie nicht mehr geöffnet halten kannst. Immer schwerer und schwerer, immer schwerer und schlaf tief und fest. Bei der Zahl 3 kannst du die Augen öffnen. Du wirst bei der Zahl 3 nicht aus diesem Zustand erwachen. Du fühlst dich trotzdem weiterhin völlig gut und entspannt. Wenn du bei der Zahl 3 die Augen öffnest, dann sage ich dir, hast du ein Problem. Denn jedes Mal dann, wenn du gleich die Augen öffnest, fängst du sofort an, über dein Lieblingsthema zu reden. Was das auch immer sein mag, du fängst sofort an, über dein Lieblingsthema zu reden. Wenn ich aber einmal schnippe, ist dein Kopf plötzlich komplett leer. Du kannst dich an nichts erinnern. Sobald ich schnippe, ist der Kopf völlig leer. Du weißt nichts mehr. Du stehst auch völlig neben der Spur. Es ist wie, als wäre der Kopf leergefegt. Wenn ich wieder schnippe, sind die Gedanken wieder da. Du kannst weitererzählen. Schnippe ich wieder, ist der Kopf wieder leer und so geht das dann immer weiter. Bei 3 öffnest du die Augen und fängst sofort an, über dein Lieblingsthema zu reden. 1, 2, 3. Einmal die Augen auf. Gechillt? Ja und weißt du, wenn du dann morgens mit der so süßen Bett gehst und dir so in deinem Arm gekuschelt ist und dann, oh das ist voll herrlich. Du meinst dein Hund, ne? Ja, ja. Achso, er jagt. Oh, für süß. Wie alt ist der jetzt? Sie. Sie. Fast ein paar Jahre, ein paar Monate, also im April ein Jahr geworden. Was hast du da für tolle Erlebnisse mit deinem Hund gehabt? Wir waren schon im Urlaub und... Wo war die im Urlaub? Hm? Urlaub? Wir haben Urlaub. Ja, wo? An der Ostsee. Ah, an der Ostsee. Sehr schön. Glaub ich, das ist doch wo oder? Nordsee? Nordsee und Ostsee sind beide oben, logischerweise. Ich weiß, da oben halt. Ja. Sehr schön. Und... Grömnitz. Was? Grömnitz, wenn nicht irgendjemand interessiert. Kenn ich nicht. Und? Haben wir da Zuschauer? Agility machen wir. Das macht auch echt Spaß. Eh, was? Agility Hundesport. Was ist das? Das Schöne ist, bei ihr sieht man richtig in den Augen, dass sie nachdenken muss. Superspannend. Hundesport? Ja, über so Stangen springen, durch so Tunnel rennen, über solche Wippen laufen. Ach so. Hast du schon mal gesehen? Wer hat denn nur auf YouTube oder Facebook? Ich wusste nicht, dass das einen Namen hat, außer Hundesport. Krass. Kannst du mir mal kurz deine Hand geben? Schlafen tief und festlassen. Völlig los. Tiefer und tiefer. Du wirst aus diesem Zustand nicht erwachen. Und du bist der festen Überzeugung, du bist Dolmetscherin für Gebärdensprache. Das heißt, alles, was ich gleich erzähle, übersetzt du in Bewegung. Und du lässt dir da irgendwas einfallen. Du bist ein kreativer Mensch. Bei drei öffnest du die Augen. Und du bist Dolmetscherin für Gebärdensprache. Und alles, was ich mache, übersetzt du in Mimik und Gestik. Eins, zwei, drei. Einmal die Augen auf. Liebes Publikum, ich freue mich, dass ihr hier seid heute. Und wir machen heute eine super spannende Hypnose. Dafür haben wir die Jessica da. Und Jessica lässt sich sehr gut hypnotisieren. Und schläft immer sehr schnell ein. Und Hypnose ist eine super spannende Sache. Wenn ihr euch auch mal hypnotisieren lassen wollt, lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da. Schickt mir eine Nachricht. Ich freue mich. Und ja, demnächst gehe ich ja wieder auf Tour. Und wenn ihr wollt, könnt ihr alle auf die Bühne kommen und euch dort hypnotisieren lassen. Ja, und das klappt extrem gut. Das ist eine super witzige Sache. Oder? Ja. Sehr gut. Du kannst es aber richtig gut, ne? Also, Gebärdensprache. Ja. Krass. Ja, also wie gesagt, Hypnose ist eine super witzige Sache. Ich zähle auf euch. Und wir sehen uns dann nächste Woche hier auf diesem Kanal wieder. Abo da lassen. Daumen nach oben. Und bis dahin. Tschau. Schlaf. Atme mal einmal tief ein. Schließ mal einmal deine Augen. Ich werde dich gleich an der Stirn berühren. Und wenn ich dich an der Stirn berühre, fühlst du im Schlaf eine Kraft, die den Körper nach hinten zieht. Du hast keine Angst. Ich stehe hinter dir und halte dich fest. Und der Körper fällt einfach nur wie ein Brett nach hinten um. Genau jetzt. Der Körper wird immer schwerer. Und stopp. hör mal wieder los. Und schlaf. Ich spreche dir nicht. Ich mach. Ich spreche dir nicht. Entschuldigung. Drei. Bref. Frau belle, Frau. Mann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020